Und dann soll Allah dem Bürgermeister von Ludwigsburg und von Stuttgart Der soll dem zum Islamrecht leiten Und noch etwas anderes Ich wollte mal etwas sagen Bitte Brüder und Schwester Erstmal danke für eure Aufmerksamkeit Ich wollte auch darauf aufmerksam machen Die Seite Einladung zum Paradies Wir werden nächste Woche in Scharlein umwerfendes Design bekommen Wir haben es schon gesehen Wir sind nur am rumklicken Und ich bitte euch, dass ihr die Seite auch weiter verteilt Weil natürlich auf Deutsch Da spricht noch mehr Leute an in Deutschland als englische Internetseiten Und wie gesagt, das wird sich nächste Woche Nochmal verbessern Und dann natürlich, was ich vorher gesagt habe Wir haben Dawa-Projekte Und wir können eure Spenden sehr gut gebrauchen Deswegen könnt ihr jetzt am Ausgang nochmal Wenn jeder nur einen einzigen Euro gibt Dann haben wir schon sehr viel gewonnen Deswegen danke ich euch recht herzlich Und gibt es hier irgendjemand, der gerne Islam annehmen würde Oder der vielleicht noch irgendwelche Fragen hat Wir können auch gerne persönlich mit ihm reden Ist jemand hier? Ja? Willst du nach vorne kommen? Stand up Komm, komm nach vorne There you go Bring it up Let's get up Hey, richtig mit Kamera Ja, da ist immer gut drauf fragen Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Hast du irgendeinen Zweifel, dass es einen Gott gibt? Okay, this is the first important question Das ist die erste wichtige Frage Seconde Frage Glaubst du, dass er ein Gott ist? Ja Kein Zweifel Okay And third question Die zweite Frage Willst du wirklich das tun, was er von dir verlangt? Ja Ja Hast du verstanden, was er heute Abend gesagt hat Von der Verbindung von uns zum Allmärchen Gott? Hast du das verstanden? Dass du das tun sollst, was er von dir verlangt Ja, das ist was du willst Ja, das ist was du willst Okay Das ist die wichtigste Frage Wenn du das tun willst Dann bist du eigentlich an der Tür zum Islam Du bist schon da Denn das ist in dir Das was du ausbrüßt Das ist, dass du eine Bezeugnis gibst Dass du diese Tür eintritt Dass du mehr lernen willst Und mehr tun willst Wir sagen nicht, wir wissen alles Wir wissen nicht alles Wir sind alle wie du Wir gehen alle auf einer Reise Und wir wollen lernen Aber alles ist ein Schritt und ein Schritt und ein Schritt Hast du vom Prophet Mohammed Das hast du gehört? Ja Glaubst du, dass er ein Gesangter war? Er glaubt das, yes Hast du Zweifel, dass er die richtige Botschaft gegeben hat? Er ist die Botschaft, dass man einen Gott anbeten soll Nein, da gibt es keine Zweifel Oder in anderen Dingen Zweifel Nur an dem, was ich jetzt selber am Christen tue Mit der Dreifaltigkeit und die Sache Das verwirrt mich alles ein bisschen Und ich weiß, dass es nur eine Wahrheit gibt Ein Weg Aber mir fehlt der ganz kleine Schritt, dass ich sage Zack Also, he has doubted a bit because of Trinity What you heard, he needs only a small step Okay Die Trinität Besteht aus drei Komponenten Es ist Gott Der Geist Und Jesus ist da drin Aber Jesus hat das niemals gesagt Und das Wort Trinität ist nicht in der Bibel Tatsächlich Er hat das selber gemacht Und ich kann dir sagen Dass das ganze Konzept offiziell gemacht wurde In der römischen Kirche In der katholischen Kirche gemacht wurde In 325 nach Christus 325 nach Christus wurde es erst bestimmt Und das wurde den Menschen aufgezwungen Er hat das mitbekommen Die mussten es sagen Das war die römische Kirche Es wird immer noch heute die römische Kirche genannt Es war ihr Gesetz Denn die hatten dann drei Drei einigen Gott Und dann drei einiges Drei einiges Government Also Regierung Das wo Jesus gefragt wurde Was ist das größte Gebot Wurde Jesus gefragt Er sagte Christus Israel Euer Gott ist ein Gott Und du musst ihn dienen Mit deinem ganzen Herz Mit deinem ganzen Verstand Mit deiner ganzen Kraft Und er hat niemals drei gesagt Die Menschen die das sagen wollen Die haben sogar ein Vers in die Bibel hinzugefügt Vor 600, 700 Jahren Sie haben ein Vers dazu hinzugefügt Damit es aussieht wie die Trinität Diese drei sind eins Es ist kein Evangelium Sondern es wird Johannes 1 1. Johannes 3 Es gibt drei die im Himmel Zeugnis ablegen Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Und diese drei sind eins Aber dies wurde hinzugefügt Wir wissen wann es hinzugefügt wurde Und wir wissen sie haben es hinzugefügt Das widerspricht dem was Allah Was Jesus gesagt hat Im Deuteronium Buch Mal im Testament Moses sagte genau dieselben Worte Wisst du Israel Schau mal Israel Wisst du Israel Der Herr euer Gott ist ein Gott Das ist in Kapitel 6 In Deuteronium Das ist das fünfte Buch Moses Ganz am Anfang Das kannst du lesen Das ist was wir sagen Es gibt nur einen Gott Mit deinem ganzen Verstand Deinem ganzen Herz Deine ganze Stärke Wenn du das tust Das ist Islam Wenn du das tust Wenn du das tust All you're gonna do tonight Is say All you're gonna do tonight Ich lasse mich von Wenn ich nicht merke Dass es das für mich ist Dann weiß ich Es ist nicht falsch Willst du es jetzt machen Den Schritt Ich sage es vor Und du sagst es nach Und dann bist du in Schala Bei uns drin Eine Frage habe ich Ja bitte Wer oder wer beweist Oder wer sagt Hundertprozentig Die Bibel zum Beispiel Sagt schon genau Ist ungeändert worden Von menschlicher Er sagt Wo der Koran das sagt Oder wer beweist Dass der Koran nie verändert Okay Erstmal Allah sagt He asks Who says Das Koran is not changed Okay This is not the subject yet The first subject is About God Purify your heart And your mind He'll show you that Die erste Sache ist nicht Das Sondern die erste Sache ist Über Gott Wenn du deine Seele reinigst Dein Herz reinigst Wirst du die Antwort bekommen Once you're in tune with him Wenn du mit ihm Eine Sache bist Das ist deine Verbindung As soon as You take one step You'll get the next And the next You'll be okay Dann gehst du weiter Schritt Aber es ist auch Aber ganz sicher Du kannst Jetzt heute nicht beweisen So oder so Und keiner verlangt Das von dir Das Einzige was du heute willst Ist der erste Schritt Du willst nicht den 12 Schritt nehmen Bevor du den ersten Schritt genommen hast Glaubst das ist ein Gott Du willst das tun was er will Das kannst du es tun Und bestätigst nicht mehr als das heute Nacht Bist du bereit dazu Aber ich kann dir auch noch was anderes dazu sagen Guck mal Selbst die Kuffa Selbst die Kuffa Ein John Burton Auf Seite 239 von seinem Buch The Collection of Quran Du bist da Als cứ das Wenn du Daste